Füge Gegnern Schaden mit Schrotflinten zu, also insgesamt müsst ihr 1000 Schaden mit Schrotflinten zufügen. Schrotflinten findet ihr als Flurloot, in Truhen, aber auch bei NPCs. Da sie häufig vorkommen, würde ich euch abraten, sie bei einem NPC zu kaufen. Für die Aufgabe könnt ihr Schaden an Gegner verursachen, an Wachen und auch an Bossen.